Herzlich Willkommen bei Expertenberaten. Wir haben einen Testartikel bekommen und zwar eine ultra leichte Faltreisetasche der Firma Pöll in Schwanz. Auf dem Produktdatenblatt steht, es hat ein großes Fach mit Reisverschluss zum einfachen Befüllen, zwei Tragegurte und abnehmbare Schultergurte zum bequemen Tragen, integrierte Aufbewahrungstasche als auch Seitentasche verwendbar, platzsparende Aufbewahrungstasche passt zusammengefaltet in die Schublade, belastbar bis ca. 15 Kilo, also es ersetzt kein Koffer, Material 210D Polyester, Maße geöffnet 56 x 45 x 25 cm, gefaltet 14,5 x 17 x 3 cm und es hat ein Gewicht von ca. 300 Gramm, 289 Gramm genau. Ursprünglich kostet diese Faltreisetasche bei Pöll 19,90 Euro, aktuell für 6,90 Euro erhältlich. Schauen wir uns das mal an, wird geliefert in einer Kunststoffumverpackung, öffnen wir mal diese Reisetasche und schauen uns sie genauer an. Also, ich klappe dies auf, sehe ich hier und kann sie ganz verflühen. Dann habe ich hier quasi die Umverpackung, hier einmal die kleine in der Mitte, hier die kleine Tasche, in der die große Tasche eingepackt war. Schauen wir gleich mal an, ob wir das wieder so hinbekommen. Dann haben wir hier oben den Reisverschluss zum Öffnen. So ein großes Fassungsvolumen, wie gesagt bis zu 15 Kilo. Geruch, Geruch, es riecht leicht nach Kunststoff, also man sollte sie ein bisschen auslüften lassen, vielleicht bevor man seine Sachen rein tut, aber kein unangenehmer Geruch. Das Ganze in Schwarz scheint sehr robust zu sein, also robustes Material. Um, es passen, wie viel Liter genau, rein 63 Liter Fassungsvermögen. Und wenn man die große Tasche nimmt, hat man hier noch eine kleine, die man nutzen kann. Einmal hier und einmal hier vorne, so ein kleines, separates Fach, vielleicht für Schlüssel. Das ist eine sehr praktische Tasche, vielleicht zum Schwimmen, zum Sport, wenn man noch ein bisschen mehr mitnehmen will. Und keine klassische Sporttasche nutzen möchte. Für ein, zwei Tage Reisetrip, auch eine ganz tolle Tasche. Schauen wir uns mal die Maße an. Hier sind noch die Tragetasche. Also hier habe ich einen Griff, mit dem ich die tragen kann. Und es hat eine Breite von, ja ungefähr, je nachdem, ob man es auseinanderzieht, von hier an der breitesten Stelle 70, in der Höhe dann ungefähr 53 Zentimeter und diese kleine Tasche hier, eine Breite von 18 und eine Höhe von ungefähr 22 Zentimeter. Die Reifverschlüsse gehen sehr gut auf und zu. Schauen wir uns mal an, ob wir diese Tasche jetzt wieder praktisch eingepackt bekommen, in diese kleine Tasche hier vor. So, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Faltkunst. So, jetzt haben wir schon mal das Ganze kleiner gefaltet. So, das Ganze sieht gut aus. Lässt sich wirklich sehr einfach wieder in diese kleine vorbringen. Und es ist auch nicht schwer, den Reifverschluss zuzumachen. Also, perfekte kleine Reisetasche für unterwegs, zum Sport, zum Schwimmen, wofür auch immer man diese Tasche benutzen möchte. Sehr platzsparend. Kann jetzt quasi, wenn ich verreise mit einem großen Koffer, packe ich mir die zusätzlich in den Kofferarm rein, schmutzige Wäsche auf den Rückweg rein. Wie auch immer Sie diese Pearl-Tasche, diese faltbare Reisetasche nutzen möchten. Ein tolles Produkt der Firma Pearl, sehr praktisch. Bis zu 63 Liter Fassungsvermögen mit einer kleinen Extra-Tasche. Können wir von unserer Seite wärmstens empfehlen, dieses Produkt. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Faltreisetasche haben möchten, klicken Sie gerne hier unten auf den Link. Und natürlich würden wir uns bei meinen YouTube-Abonnenten mehr sehr freuen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.